Alina Bronski, Spiegelkind, gelesen von Jule Böwe, eine Produktion von Arena Audio. Prolog Du musst mir helfen, sagte er. Ohne dich bin ich verloren. Wenn du es tust, wenn du bei mir bleibst, wenn du mich rettest, dann wirst du es niemals bereuen. Ich werde dich niemals im Stich lassen, ich verspreche es. Ich werde dich beschützen. Du weißt, was passiert, wenn du das Versprechen brichst, sagte sie. Sie sitzen im Dunkeln und sie sind jünger als heute. Ich kann ihre Gesichter nicht sehen. Aber die Art, wie sie den Kopf neigt, wie er die Schultern hochzieht, ich würde sie beide mit niemandem auf dieser Welt verwechseln. Diese sehr junge Frau ist meine Mutter. Der Mann ist mein Vater. Ich öffne die Augen, es ist Nacht. Ich liege in meinem Bett, unter meiner Decke. Die beiden Narben an meinen Schulterblättern jucken. Ich habe nicht geträumt. Ich bin gerade irgendwo gewesen und habe etwas gesehen, was ich nicht sehen sollte. Etwas, was mit dem zu tun hat, wer ich bin. Etwas, was ich nicht wissen darf. Das Verschwinden Schau lieber nicht hin, sagte mein Vater und versperrte mir den Weg. Wieso, fragte ich und versuchte unter seinem linken Arm durchzuschlüpfen, mit dem er sich am Türpfosten abstützte. Er hielt mich an der Kapuze fest. Jetzt lieber nicht. Aber wieso? Mein Vater ließ die Kapuze los, legte mir dafür beide Hände auf die Schultern und bückte sich zu mir runter, um mir in die Augen zu schauen. Ich starrte zurück. Er sah wieder weg. Was soll das alles? Ich schüttelte seine Hände ab. Was tust du überhaupt hier? Juli, sagte er, diesmal ohne mich anzusehen. Ich musste etwas sagen. Das hatte ich mir schon gedacht. So merkwürdig, wie er sich verhielt. Außerdem hatte er hier an diesem Tag gar nichts zu suchen. In dieser Woche war meine Mutter dran. Mein Vater sollte in ihrer Zeit nicht auftauchen und umgekehrt auch. Das war eine Vereinbarung, die von ihren Anwälten ausgehandelt und von meinen Eltern im Gerichtssaal unterschrieben worden war. Sie wurde nur im Notfall außer Kraft gesetzt. Ich riss mich zusammen, um mir meine aufsteigende Angst nicht anmerken zu lassen. Juli, mein Mädchen. Mein Vater sprach mit ungewöhnlicher Zärtlichkeit. Ich muss dir etwas sagen. Es ist etwas Schlimmes passiert. Ich riss mich los und schoss an ihm vorbei ins Innere des Hauses. Ich rannte durch den Flur, der dunkel war, weil alle Türen geschlossen waren. Ich konnte kaum etwas sehen. Draußen hatte grell die Sonne geschehen. Ich stolperte geblendet über die Schuhe, die meine Geschwister Jaro und Cassi abgeworfen und mitten im Weg liegen gelassen hatten. In den Wochen mit meiner Mutter lagen die Dinge einfach rum. In den Wochen meines Vaters standen alle Schuhe im Schuhschrank, alle Tassen im Küchenschrank, mit den Henkeln in die gleiche Richtung gedreht und alle Zeitungen steckten nach Datum sortiert im Zeitungsständer. Ich riss die Wohnzimmertür auf. Dieses Chaos hätte selbst meine Mutter mit uns drei Geschwistern zusammen nicht anrichten können. Die Zeitungen bedeckten im Wirren durcheinander den Boden. Die Blumentöpfe waren alle umgeworfen, dazwischen lag verstreute Erde, die Stängel der Pflanzen waren abgebrochen und einzelne Blütenblätter flogen umher, was dem Raum eine unpassende Festlichkeit verlieh. Jemand hatte die Bücher aus den Regalen gerissen und die Schubladen aus ihren Verankerungen. Die Tür von Zerrus' Käfig stand offen. Der Käfig war leer. Nur eine einzige gelbe Feder klebte am Gitter und flatterte im Luftzug. Ich drückte den Rücken gegen den Türpfosten, rutschte langsam herunter und biss mir vor Aufregung in die Hand. Einbrecher. Bei uns war eingebrochen worden. Mein Vater kam rein und hockte sich neben mich. Du solltest so etwas Schreckliches nicht sehen, sagte er. Ich sah ihn an und er wich zurück. Keine Ahnung, wann genau es angefangen hatte, aber irgendwas zwischen uns lief nicht mehr so gut wie früher. Als ich klein war, hatte ich meinen Vater unglaublich bewundert. Später hatte ich ihn einfach nur geliebt und irgendwann hatte ich mich dabei ertappt, dass ich ihn bemitleidete. Es hat ihn ziemlich umgehauen, als meine Mutter beschlossen hatte, ihn zu verlassen. Nach der Trennung brach er schon mal am Frühstückstisch in Tränen aus. Völlig unvermittelt, während meine Geschwister und ich den Blick verlegen auf unsere Vollkorn-Croissants senkten. Er erzählte sogar den Nachbarn auf der Straße, wie schlecht es ihm und uns allen ginge und wie schrecklich sich unsere Mutter verhalten hätte, indem sie aus heiterem Himmel beschloss, unsere heile Familie zu verlassen. Damit legte er ein Verhalten an den Tag, das er bei anderen als skandalös bezeichnet hätte. Das mit dem heiteren Himmel stimmte auch überhaupt nicht. Bei uns zu Hause hat es schon seit Jahren nach Gewitter gerochen, nach elektrisch geladener Luft, mit Donnergrollen im Hintergrund. Auch hatte Mama zwar unseren Vater verlassen, nicht aber die Familie. Jaro, Kassi und ich waren schließlich auch noch da und meine Mutter hatte nicht vor, sich nach der Trennung weniger um uns zu kümmern als vorher. Trotzdem war ich am Anfang sauer auf sie gewesen, weil mein Vater ihretwegen so leiden musste. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr darauf, ihn ständig zu trösten. Er war einmal zu oft in mein Zimmer gegangen. Als mein Vater angefangen hatte, von mir Fürsorge einzufordern, versuchte ich erst, es ihm recht zu machen. Ich kümmerte mich um ihn, so gut ich konnte. Lies mir von ihm den Kopf streicheln, mich mit weinerlicher Stimme seinen größten Schatz nennen, reichte ihm auch nachts um halb zwei die parfümierten Papiertaschentücher, die seine Firma herstellte und die wir in großen Mengen in allen Duftrichtungen zu Hause hatten, und hörte dabei langsam auf, ihm zu glauben. Denn ich wusste nur zu gut, dass er anders sein konnte. Mein Vater arbeitete in der Geschäftsführung des Hygieneartikelkonzerns Hydragon und als kleines Kind war ich ungeheuer beeindruckt gewesen, wenn ich ihn im Büro besuchen durfte. Dort hatte ich zum ersten Mal mitbekommen, wie mein Vater seine Stimme ändern konnte, je nachdem, mit wem er gerade sprach. Mit seiner Sekretärin, herrisch oder kühl. Mit einigen Kollegen so herzlich, als würden sie zu unserer Familie gehören. Und einmal hatte ich sogar etwas schier Unglaubliches beobachtet. Im Gespräch mit einem winzigen, runzligen Mann hatte es mein Vater durch eine interessante Verschränkung der Beine und gebeugte Haltung tatsächlich geschafft, sich unauffällig einen ganzen Kopf kleiner zu machen. Diesem Mann gehörte der Konzern. Irgendwann begann ich, mich zurückzuziehen, wenn Papas Woche anbrach und er mit einem Koffer in das Haus einzog und mit unserer Mutter in der Küche wichtige Dinge absprach, bevor sie mit ihrer Tasche ging. Sie nannten das Übergabe. Als wären wir Pakete mit dem Aufkleber Vorsicht, Glas. Deine Mutter ist verschwunden, sagte mein Vater. Und das sagten auch die Polizisten, die das Chaos mit Blitzlicht fotografierten. Ein Polizeiauto parkte vor der Tür und ein Mann saß bei uns in der Küche. Man sagte mir, ich solle sitzen bleiben und die Beamten ihre Arbeit machen lassen. Und da saß ich nun. Und einer der Polizisten erzählte mir irgendwas über seinen Neffen, der fast so alt war wie ich, nämlich 13, und sensationell Tennis spielte. Ich bin nicht 13, ich bin 15, sagte ich sauer. Und meine Mutter ist nicht einfach verschwunden. Hier ist doch etwas Schreckliches passiert, das würde selbst ein Blinder sehen. Zu den Tennis-Erfolgen des Polizisten-Neffen hätte ich mich auch unter besseren Umständen nicht geäußert. Ich hasste Tennis. Aber der Polizist tat die ganze Zeit so, als würde er mich nicht hören. Wahrscheinlich hatte er eine Fortbildung belegt zum Thema, wie man Jugendlichen nach einem Verbrechen das Gehirn zu Brei zerredet, damit sie bei der Ermittlungsarbeit nicht stören. Ich aber wollte helfen. Ich wollte, dass sie sich sofort an die Arbeit machten und meine Mutter fanden. Menschen konnten nicht einfach verschwinden. Nicht am helllichten Tage aus dem eigenen Haus. Nicht in unserer Zeit. Der Zeit der totalen Normalität. Also stand ich immer wieder auf und rannte zu den Polizisten, die durch das Haus liefen und Teppiche anhoben und hinter Spiegel schauten, als würde sich meine Mutter dahinter verstecken. Heute Morgen war alles noch okay. Mama hatte uns Frühstück gemacht, sie war gut drauf und sie wollte den ganzen Tag malen. Jede Kleinigkeit konnte wichtig sein. In meinem Gehirn ratterte es auf der Suche nach Details, die helfen könnten, das alles zu erklären. Sie hörten mir nicht zu. Überhaupt nicht. Sie versammelten sich im Wohnzimmer, wechselten Blicke und was taten sie dann? Ich traute meinen Augen nicht. Sie fingen an aufzuräumen. Sie hoben die Bücher auf und stellten sie ins Regal. Einer von ihnen kam mit einem kleinen Handbesen. Es war komisch zu sehen, wie dieser große Mann sich hinhockte, um die verstreute Blumerde von unseren Fliesen zu kehren. Ein anderer hob die Zeitung vom Boden auf und stapelte sie auf der Fensterbank. Ich dachte noch, dass man nach einem Verbrechen keine Spuren vernichten darf. Ich sagte es leise, aber sie hatten es trotzdem gehört. Es fühlte sich an, als ob es im Zimmer schlagartig kälter geworden wäre. Alle hörten für einen Moment auf zu fegen und Zeitung nach Datum zu sortieren und starrten mich an. Wer spricht denn von einem Verbrechen, Schätzchen? fragte eine der Polizisten, ein dicklicher Mann mit rosafarbener Glatze und drei Sternchen auf dem Ärmel. Wenn ein Mensch gewaltsam entführt wird, ist das ein Verbrechen, sagte ich verunsichert. Wer spricht denn von einer gewaltsamen Entführung, meine Süße? Ich sah von einem Polizisten zum anderen. Ihre Gesichter glänzten. Noch nie hatte mich jemand so angeredet. Ich, sagte ich. Ich spreche davon. Jemand hat meine Mutter entführt und bei der Gelegenheit das Zimmer verwüstet. Die Polizisten sahen sich an und lachten. Es klang gutmütig, aber irgendwas an diesem Lachen machte mir Angst. Der dickliche Mann mit der Glatze kam auf mich zu. Jetzt stand er ganz dicht vor mir, was strategisch nicht geschickt von ihm war. Er war ziemlich klein und ich überragte fast alle meine Mitschüler. Deswegen ging ein Gutteil seiner Überheblichkeit verloren, als er mir die Schulter tätschelte und sehr, sehr gutmütig sagte, es gibt keinerlei, wirklich keinerlei Hinweis darauf, dass deine Mami Opfer einer Gewalttat geworden ist, mein Schätzchen. Meine Schulter juckte. Ich hatte Sorge, dass seine Finger abrutschten und meine Narben neben dem linken Schulterblatt berührten. An keiner anderen Stelle war ich so empfindlich. Aber ich musste mich zusammenreißen und wenigstens höflich sein. Deine Mutter ist nicht da, na und? sagte der Polizist. Weißt du, meine Kleine, es passiert manchmal, dass Frauen keine Lust mehr haben und einfach gehen. Wenn du erwachsen bist, wirst du das besser verstehen. Er lachte. Und wer hat hier dann gekämpft? fragte ich. Wo? Der Mann in der Uniform sah sich um. Ich folgte seinem Blick und bekam das Gefühl, dass man mich übel reingelegt hatte. Das Zimmer sah inzwischen fast aus wie immer. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen, sagte ich. Hier war alles komplett verwüstet. Der Polizist winkte ab. Ach das! Nichts weiter als ein Hausdieb. Ein armseliger Freak, der durchs offene Fenster geklettert ist und Geld und Elektronik gesucht hat. Wahrscheinlich war er wütend, dass er nicht so viel finden konnte, wie er hofft und hat ein paar verärgerte Grüße hinterlassen. Die Drogenabhängigen unter den Freaks werden zu einem immer größeren Problem. Der Polizist seufzte und hob ein zerrissenem Buchrücken hoch, den seine Kollegen auf dem Boden übersehen hatten. Eine Fee Ich wollte zu gern glauben, dass meine Mutter freiwillig aus dem Haus verschwunden war und bald wiederkommen würde. Aber so sehr ich mich auch um diese Vorstellung bemühte, sie schien einfach absurd. Ich hatte nicht einmal einen Hausschlüssel dabei und meine Mutter wusste das. Sie ging so gut wie nie aus dem Haus. Am Morgen hatte sie noch vorgehabt, den ganzen Tag zu malen, bis wir aus der Schule kamen. Meine Mutter war zuverlässig, auch wenn mein Vater gern versuchte, sie als jemanden darzustellen, der am Abend nicht mehr wusste, was er am Morgen gesagt hatte. Hör auf, so von ihr zu reden, brüllte ich, als unser Vater am Abend nach Mamas Verschwinden meinen kleinen Geschwistern erzählte, dass unsere Mutter höchstwahrscheinlich spontan zu einer Reise aufgebrochen sei. Sie neige ja zu schrägen Ideen, sagte er. Vielleicht habe sie jemanden kennengelernt, man wisse nie, was in ihrem Kopf vorginge. In meinem eigenen Kopf pulsierte es vor Wut. Mein Vater und meine beiden Geschwister saßen am Küchentisch, Jaro mit gerundeten Augen, angespannt wie ein Flitzebogen, Cassi zurückgelehnt, ein Auge zusammengekniffen. Mein Vater erzählte ihnen, was vorgefallen war. Seine Version davon. Er versuchte es jedenfalls. Ich ging dazwischen. Ich konnte das nicht mit anhören. Das ist Schwachsinn. Mama hätte sich nie einfach so aus dem Staub gemacht. Sie hat sich immer auf ihre Woche mit uns gefreut und wenn du dran warst, hat sie uns vermisst. Sie hat uns bloß nicht ständig so vollgejammert wie du. Mein Vater hielt im Satz inne und sah mich mit einer Mischung aus Ärger und Überraschung an. Meine Geschwister schwiegen verängstigt. In diesem Ton hatte ich ihn noch nie angefahren. Ich war schließlich Elite-Lyziastin. Ich war gut erzogen. Jaro und Cassi hatten sich kaum zu Hause angekommen, sofort an unseren Vater geklammert. Trotz seiner halbherzigen Beteuerung, er habe alles im Griff, konnte auch ihnen nicht entgehen, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Im Gegensatz zu mir glaubten sie ihm noch jedes Wort. Aber es schien sie nicht zu trösten. Ich hatte eigentlich vorgehabt, meinen Mund zu halten, wollte nichts von meinem Verdacht verraten, dass unserer Mutter etwas Schlimmes zugestoßen sein musste, nicht weinen, nicht wütend werden, um die Kleinen nicht noch mehr zu erschrecken. Sie sollten sich nicht so verlassen und elend fühlen wie ich. Trotzdem konnte ich mir nicht anhören, wie unser Vater derart dumme Lügen über unsere Mutter erzählte. Irgendwie gelang es mir, diesen Tag zu überstehen, ein paar belegte Brote zu Abend zu essen, mir die Zähne zu putzen und mich ins Bett zu legen. Ich kroch unter die Decke und rollte mich zusammen, nachdem ich den Schlüssel im Schloss meiner Zimmertür mehrmals umgedreht hatte. Und dann lag ich doch die ganze Nacht wach und grübelte. Wieder und wieder ging ich durch, was ich heute erlebt hatte. Vom ersten Moment an, in dem mir klar wurde, dass irgendetwas schief lief. Wahrscheinlich war das genau der Augenblick gewesen, als ich meinen Vater mittags in der Tür stehen sah. Ich hatte mich nicht gefreut, ihn zu sehen, weil es eben nicht seine Woche war. Eigentlich hatte ich mich sofort auf einen Streit zwischen meinen Eltern gefasst gemacht, denn ich hatte zuerst vermutet, dass mein Vater sich mal wieder nicht an die Abmachung gehalten hatte. Ab und zu tauchte er in Mamas Zeit auf, nur so zum Hallo sagen, hing in der Küche herum, wollte mit uns reden und machte uns alle nervös. Schließlich gab es die Vereinbarung und mein Vater war normalerweise ein großer Fan von Vereinbarungen, ganz besonders von Schriftlichen. Es würde sich schon irgendwie aufklären, dachte ich. Meine Mutter würde nach Hause kommen. Mein Vater würde wieder gehen und in seiner Woche einen Tag später übernehmen, als ursprünglich geplant, als Ausgleich für seine Extrazeit mit uns. Ich lag unter meiner Decke und grübelte und hatte noch keine Ahnung, dass in dieser Nacht, in der Sekunde, in der ich nach Hause gekommen war und an Mamas Stelle Papa entdeckte, dass genau dann meine Welt begann, sich auf den Kopf zu stellen. Es war nur eine leise Ahnung, dass mein Leben bis jetzt vielleicht gar nicht mein richtiges Leben gewesen war. Die Vorstellung machte mir Angst. Ich wollte gar nicht, dass sich irgendwas änderte. Ich war bereit, bis zum Morgen zu warten und spätestens dann sollte alles bitteschön wieder normal werden. Ich wollte kein anderes Leben. Meins war okay. Nicht aufregend, aber eben meins. Wahrscheinlich fing ich bereits in dieser Nacht an, mich zu verändern. Aber das bekam ich nicht mit, denn mich selber ändern wollte ich noch weniger. Ich war schon immer Juliane Rettimi gewesen, Einzerschülerin in der inzwischen zehnten Klasse des Lyceums, das zweitlängste Mädchen des Jahrgangs, das wegen des pausbeckigen Gesichts trotzdem gern für Jünger gehalten wurde und in Sachen Geburtstagseinladung nur ganz knapp unterm Durchschnitt lag. Ich trug eine absolut normale Frisur. Mittelbraun, schulterlang, leicht gestuft, hatte die gleichen Impfungen wie alle anderen Lyceisten meines Alters. Meine Zähne waren kariesfrei und meine Schultasche stammte von einem beliebten Lederartikelhersteller. Ich konnte mich selbst nur an der Größe aus der Menge meiner Mitschülerinnen herausfiltern, wenn wir im Sport mal alle vor dem großen Spiegel aufgereiht standen. Das Einzige, meinem Bruder Jaro und meiner Schwester Kassi ging es nach der Trennung auch besser. Zumindest vermutete ich das. Sie waren Zwillinge, sieben Jahre alt und seit dem Sommer in der ersten Klasse. Sie ging in die Grundschule. Mein Lyceum begann wie alle weiterführenden Schulen ab der fünften Klasse. Ich hatte zwei Schuluniformen im Schrank hängen, eine schwarze für den Alltag und eine festliche, die aus einem dunkelblau-rotkarierten Rock und einem Jackett bestand. Dazu einige weiße Blusen. Die Röcke gingen knapp bis zum Knie und in der schwarzen Uniform sah ich aus wie eine Krähe. Es gab kaum ein Mädchen, die in diese Kleidung stand, aber unser Schulleiter sagte bei jedem zweiten Morgen Ruf, dass wir stolz auf unsere Uniform sein sollten. Daran könnte man jederzeit erkennen, welche elitäre Bildungseinrichtungen wir besuchten und dass die Zukunft der Normalität in unseren Händen lag. Die Zukunft interessierte mich gerade nicht über die Frage hinaus, wann ich meine Mutter wiedersehen würde. Kurz bevor mein Wecker klingelte, war ich in den ersten unruhigen Halbschlaf gefallen. Mit den scheppernden der Uhr schreckte ich wieder hoch im Morgengrauen, mit pochenden Schläfen und Gedanken zäh wie angetrocknetes Kaugummi. Obwohl ich müde war, sprang ich sofort aus dem Bett. Ich beugte mich über das Geländer, sah aus dem ersten Stock, dass unten in der Küche ein Licht brannte und jemand mit Tellern und Besteck klapperte. Ich fiel fast die Treppe runter, eilte durch den Torbogen zu unserer Küche und entdeckte meinen Vater im Bademantel. Er gehnte und schnitt Brot in Scheiben. Hast du was Neues gehört, fragte ich. Er sah auf. Kannst du nicht wenigstens erst mal guten Morgen sagen? Guten Morgen, sagte ich. Hast du etwas gehört? Von wem? Er schaute mich an, als wüsste er nicht, wovon ich redete. Von meiner Mutter, die entführt worden ist. Schrei nicht so rum, Juli, sagte mein Vater. Es ist noch so früh und ich habe Kopfschmerzen. Ich gehe heute zur Polizei und frage nochmal nach, sagte ich. Er sah auf. Wieso? Ich hatte das Gefühl, die wollten sich gestern nicht wirklich um den Fall kümmern. Ich hatte das Gefühl, die halten uns für dumm. Ach, Unsinn, sagte mein Vater. Niemand hält dich für dumm. Die Polizei hat nur ihre Arbeit getan. Sie sind Experten. Sie werden wohl besser, als du wissen, was in solchen Fällen zu tun ist. Von wegen. Sie haben doch regelrecht die Spuren verwischt. Wo hast du bloß solche komischen Sprüche her? Du liest zu viel und vor allem das Falsche. Er war schon immer der Meinung, dass ich zu viel Schund las. Er selber konsumierte ganz andere Dinge als ich. Meine Lieblingsromane und Filme nannte er Freaklektüre, also reine Zeitverschwendung und gefährliche dazu. Er selber las Zeitung und Sachbücher, die mit seiner Arbeit zu tun hatten, sonst noch philosophische Abhandlungen über das Prinzip der Normalität und immer wieder Katastrophenromane. Es war mir ein Rätsel, warum er die fantasievollen Cover meiner Bücher als widerwärtig bezeichnete, während ich von den bluttriefenden und grässlichen realistischen Umschlägen auf seinem Nachttisch einen Würgereiz bekam. Die meisten Romane zu Hause gehörten meiner Mutter. Es waren fast alles sehr alte Bücher, provozierend unmodern in Größe und Gestaltung. Ab und zu blätterte ich in einem von ihnen, aber ich verstand nicht viel. Als meine Mutter ausgezogen und Papas erste Woche angebrochen war, kam meine Großmutter väterlicherseits, um endlich mal richtig zu putzen. Als erstes schleppte sie Dutzende Bücher aus dem Wohnzimmer in den Keller, stapelte sie in Kartons, ließ die Regale vom Abräumdienst abholen und hängte an den freigewordenen Stellen Wandteppiche und riesige Spiegel auf. Deswegen hatte ich damals einen ersten kleinen Knatsch mit ihr. Schließlich waren bei jenen Büchern auch zufällig einige von mir dabei gewesen und ich hatte keine Lust, sie jedes Mal im kalten, dunklen Keller zu suchen. Ich hätte nie zugegeben, dass ich mit 15 immer noch manchmal Angst hatte, abends allein in den Keller zu gehen und stattdessen gern mal die kleine Cassie vorschickte. Die fürchtete sich nur demonstrativ vor etwas, wenn unser Vater in der Nähe war. Dann konnte er sie sofort retten und war glücklich, während meine Schwester sich ins Fäustchen lachte. Denn ansonsten war sie völlig unerschrocken. Ich frage mal auf dem Lyceum rum, ob es normal ist, dass die Polizei sich so verhält, murmelte ich. Dann griff ich nach der Marmelade, um mir ein Brot zu schmieren. Juli. Mein Vater ließ vor Schreck fast den Deckel der Thermoskanne fallen. Du darfst niemandem erzählen, was hier passiert ist, verstehst du? Papa. Cassies Gebrüll kam nicht von oben aus dem Kinderzimmer, sondern aus dem Schlafzimmer meines Vaters. Sie hatte schon wieder in seinem Bett geschlafen. Irgendwie regte mich das auf. Ich holte Tiefluft. Ich werde jedem alles erzählen, was ich will, sagte ich langsam und deutlich, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, meinen Mund zu halten. Und du kannst mir das nicht verbieten. Papas unteres, rechtes Augenlied begann zu zucken. Kein Wort zu jemandem, Juli. Ich möchte nicht, dass die ganze Schule mit den Fingern auf dich zeigt. Mit den Fingern? Auf mich? Seit wann muss man sich für ein Unglück schämen, dass ein Widerfahren ist? Du verstehst einfach gar nichts, stöhnte mein Vater. Dann erklär's mir. In diesem Moment quietschte die Schlafzimmertür unter Krähen. Ich konnte meinem Vater nichts mehr entgegnen, denn Cassie stürmte in die Küche und kletterte routiniert auf seinen Schoß. Sie hatte verwuschelte, blonde Locken und sah in ihrem langen Nachthemd wie ein verschlafener Engel aus. Mein Vater küsste sie ausgiebig. Dann schmierte er ihr ein Brot und fing an, sie zu füttern. Ich konnte mich nicht erinnern, ob er es bei mir früher auch so gemacht hatte. Wahrscheinlich schon. Er hatte mir jedenfalls lange den Schulranzen getragen, die Klamotten herausgesucht und manchmal sogar großzügig die Lösungen der Hausaufgaben diktiert, obwohl ich sie auch von allein gewusst hätte. Der Satz »Ich mach das für dich« gehörte eben zu meinem Vater wie sein gelegentliches Schielen. »Sie kann allein essen«, sagte ich angewidert. »Sie ist doch kein Baby mehr. Bei Mama macht sie alles selber.« »Lass sie«, sagte mein Vater zärtlich. Kassi streckte mir von seinem Schoß aus die Zunge raus. Mein Vater seufzte und streichelte ihr eine Locke aus dem Gesicht. »Julie, du bist zu spät dran«, sagte er zu mir und klopfte mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr. Der Unterricht im Lyzeum begann um 7.30 Uhr, früher als an jeder anderen Schule in der Stadt. Auch das machte uns zur künftigen Elite. Wir waren alle chronisch unausgeschlafen und schlecht drauf. Im Schulbus kühlte ich meine heiße Stirn an der Fensterscheibe und dachte daran, was mein Vater gesagt hatte. An diesen seltsamen Satz, dass ich nicht so dumm sein sollte und dass meine Mutter eine Fee war. Mein Vater hat es sehr dramatisch geflüstert. Begann er gerade, seinen Verstand zu verlieren? Ich war offenbar nicht die Einzige, der der Stress des Vortags so zusetzte. Eine Fee. Eines der schlimmsten Schimpfwörter in der Gesellschaft der totalen Normalität. Etwas, womit man seine Kinder erschrecken konnte. Räum sofort dein Zimmer auf und löffel die Zucchinisuppe aus, sonst kommt heute Nacht eine Fee und holt dich. Ich muss dringend zum Friseur, ich sehe schon aus wie eine Fee. Das sagten manchmal Mädchen, die nicht so gut erzogen waren wie ich. Mein Vater hatte einen blöden Scherz gemacht. Einen sehr blöden Scherz. So absurd die Vorstellung auch war, der Gedanke an Feen lenkte mich ab. Ich überlegte, was ich schon mal über Feen gehört hatte. Cassie hatte sich einmal zum Kostümfest als Fee verkleiden wollen. Sie hatte ein Bild in einem Buch gesehen, eine hübsche und zarte Gestalt mit durchsichtigen Flügeln und rosafarbenen Tüllröckchen. Das engelsgleiche Haar ganz ähnlich wie ihres. Es war ein altes Buch, das meiner Mutter gehörte. Meine Schwester hatte das Bild gefallen und sie hätte genau solch ein Kostüm haben wollen. Und obwohl sie sonst immer alles bekam, was sie wollte, diesmal hatte sie sich geschnitten. Mein Vater hatte getobt und es ihr verboten. So etwas passierte seltener, als es im Sommer schneide. Cassie hatte lange geheult und war schließlich aus Protest als Putzfrau verkleidet zum Kostümfest gegangen mit Eimer, Besen, Gummihandschuhen. Das war so ziemlich das Spannendste, was mir zum Thema Feen einfiel. Ich löste die Stirn von der Scheibe. Sie hatte einen ovalen Fleck auf dem Glas hinterlassen, der sich schnell verkleinerte. Ich schaute mich im Bus um. Er wurde von der Stadtverwaltung ausschließlich für die Schüler des Lyceums bereitgestellt. Am anderen Ende des Busses entdeckte ich Philomena, mit der ich einige Lerneinheiten gemeinsam hatte. Der Platz neben ihr war noch frei, ich stand auf. In diesem Moment bremste der Bus, um ein Palizisten an der Haltestelle einzusammeln und ich rutschte durch den ganzen Innenraum und hielt mich an Philomenas Sitz fest. Hallo, sagte ich und lächelte. Hallo, sagte sie. Erst etwas hochnäsig, dann lächelte sie aber doch noch zurück. Wahrscheinlich fiel ihr gerade ein, dass sie schon mindestens dreimal von mir abgeschrieben hatte. Ist sie noch frei, fragte ich. Sie zögerte, dann sagte sie, aber ja. Ich ließ mich davon nicht abschrecken, ich war selber so. Wenn man nicht eng befreundet war, verhielt man sich am Lyceum so, als würde man sich zum ersten Mal sehen. Ich setzte mich hin und nahm meine Schultasche auf den Schoß. Kann ich dich was fragen? Aber ja. Philomenas Zahnspange glitzerte kurz auf. Wann machen wir endlich mal was über Feen im Unterricht? Philomena sah mich an. Ich hoffe niemals, wir sind ja nicht hier, um uns mit solchen Dreck zu befassen. Dieser Stoff ist für die Schule nicht geeignet. Ich finde, jeder Stoff, der im Leben vorkommt, ist für die Schule geeignet, sagte ich. Früher hätte ich mich das nicht getraut, aber heute war ich bereits vorgewärmt durch den Streit mit meinem Vater. Du irrst dich, sagte Philomena und sah aus dem Fenster. Mit Feen sollten sich Experten befassen, die dafür ausgebildet sind. Was? Ich verlor die Kontrolle über meine mühsam arrangierten Gesichtszüge. Experten, die ausgebildet sind, wiederholte sie ungeduldig. Fachleute, die Maßnahmen ergreifen können, um sich und andere zu schützen. Wovor schützen? Jetzt stand ich komplett auf dem Schlauch. Na, wovor wohl? Philomena schüttelte den Kopf. Vor Feen, oder wonach hast du mich gerade gefragt? Das Gespräch entwickelte sich völlig anders als vermutet. Ich dachte, dass ich gerade über ausgestorbene Märchenwesen redete, die es nur noch in Form von Schimpfwörtern in die Zeit der Normalität geschafft hatten. Aber Philomena redete offenbar über gefährliche Tiere oder ansteckende Krankheiten. Oder über sehr gefährliche Tiere, die sehr ansteckende Krankheiten verbreiteten. Und was ist mit den Glitzerflügeln? fragte ich. Glitzerflügel? Philomena entblößte ihre Zahnspange, was bei ihr als Lächeln verstanden werden durfte. Das ist doch ein altes Klischee aus den Büchern der vornormalen Zeit. Feen sind nicht schön. Sie sind schlampig, schmutzig, ungekämmt. Woher weißt du das alles? fragte ich. Ich verfolge Infomedien und lese empfohlene Sachbücher für unsere Altersgruppe, sagte Philomena gleichmütig. Aha. Und da steht das alles so drin. Du bist so schlecht informiert. Jetzt schwang eine Spur Verachtung in Philominas Stimme mit. Lass dir die Wissen ab 15 Reihe zum Geburtstag schenken oder besser die Wissen ab 3, deine Defizite scheinen zu groß. Ich war so verwirrt, dass mir darauf keine Antwort einfiel. Die schwarzen Schulterpolster, Röcke und Hosen der Lyziisten füllten den Pausenhof. Wir stellten uns in gleich lange Reihen, jeder an seinem Platz. Am Anfang des Jahres, wenn die neuen Schüler aufgenommen wurden, bekamen wir ihn zugewiesen. Es gab, wie bei allem, bessere und schlechtere Plätze. Als Glückspilz galt, wer am Rand stehen durfte. Es regnete, aber wir waren zu dicht Schulter an Schulter aufgereiht, um noch einen Schirm hochhalten zu können. Die Tropfen glitten über unsere Gesichter, blieben an den Nasenspitzen hängen. Der Schulleiter stand auf einem kleinen überdachten Podest. An seinem Kragen war ein winziges Mikrofon befestigt und seine Stimme dröhnte über dem Platz. Ein dumpfer, vielstimmiger Chor fing die Enden seiner Sätze auf, zerkaute sie und reichte sie ihm kaum wiedererkennbar zurück. Wir Lüziisten, Lüziisten, schwören im Beisein unserer Mitschüler, unserer Mitschüler, Aufmerkliche war. Das ist unser friendship, wir wniosha und �.